Servus zusammen, wer ist Autoradioshop ARS24 in Memmingen und was gibt es hier für Videos zu sehen? Wir sind der Spezialist für den Sound im Auto. Dazu gehört der Verkauf, die Beratung und die Installation verschiedener Nachrüstkomponenten, wie das altbekannte Autoradio oder hochinnovative Multimedia-Geräte mit DAB-Funktion, Apple Carplay, Navigation und so weiter. Zum guten Ton gehören natürlich auch Lautsprecher, Endstufen, Subwoofer und natürlich auch Dämmung und das ganze Kabelzeug dazu. Wir haben ein Ladengeschäft mit eigenständiger Lagerhaltung und Montageservice in Memmingen. Am gleichen Standort betreiben wir unseren Online-Shop www.ars24.com. Dort haben wir ein eigenes Support- und Verkaufsteam, das sich auch um Marktplätze wie Amazon und Ebay kümmert und natürlich um internationale Verkäufe unserer Produkte. Ebenfalls in Memmingen befindet sich unser Zentrallager für unseren Online-Shop. Die mediale Außenwirkung ist für mich ganz persönlich extrem wichtig, weswegen wir hier im Haus ein eigenes kleines Medienteam haben. Dieses kleine Medienteam besteht aus Moritz, meinem Kameramann, der euch die Videos auch so toll schneidet, und aus mir und wir zwei zeigen euch zum Beispiel Produktvideos, welche neuen Lautsprecher gibt es, welche Autoradios, was können sie denn alles und wie bediene ich sie. Wir gehen mit euch zusammen mit unseren Einbaututorials direkt ins Auto rein und zeigen euch, wie man Türverkleidung von der Türe wegbaut, wie man was verkabelt, welche Kabel gibt es überhaupt und wie stelle ich meine Anlage ein. Und zum dritten haben wir natürlich Academy-Videos. Wir zeigen euch an der Tafel, ähnlich wie in der Schule, nur nicht ganz so langweilig, wie Car-Hifi funktioniert, also tatsächlich, was passt wie zusammen und das alles toll erklärt. Das ist hier in diesem Kanal erhältlich. Mal ganz ehrlich, wir machen diese Videos nicht ganz uneigennützig, ja. Wir haben einen Online-Shop, wir würden euch gern als Kunden gewinnen und alle unsere Kunden bekommen einen besonders geilen Support. Wir werden alle Probleme zusammen lösen. Für alle, die nicht bei uns Kunde werden möchten, denen stellen wir natürlich trotzdem alle Videos kostenlos zur Verfügung. Bei uns gibt es in der Regel wöchentlich Videos. Wir wollen mit euch zusammen wachsen, wir brauchen eure Kommentare, eure Anregungen und welche Videos wir machen sollen, damit wir euren Inhalt per Video transportieren können und euch schlauer machen können. Deshalb lohnt sich ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst und selber zum Spezialisten werdet. Wenn du es bis jetzt geschafft hast, diesen Trailer anzusehen, ja, dann interessiert dich wohl unser Kanal. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Stöbern. Klick mal in unsere Playlisten rein. Vielleicht ist sogar dein Auto schon verfilmt worden oder dein Lieblingsprodukt schon auf dem Tisch. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.